Jetzt hier als Dritte auf der Tanzfläche mit der Startnummer 4 Peter Ingris und Tatjana Drechsler. Sie tanzen zur Musik vom Ravel, Bolero und inhaltlich, Bernd? Ja, also ich bin mal gespannt, wie die Wertungsrichter sich da entscheiden, weil für mich ist da manchmal nicht klar, der lateinamerikanische Rhythmus zu erkennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus